Musik Es gibt ein Bedürfnis nach Zusammenhalt und es gibt ein Bedürfnis nach Gemeinschaft. Ich würde mir wünschen, dass die Russlanddeutschen, gerade auch die junge Generation, noch stärker das Gespräch zu den anderen sucht. Kommunikation ist einfach die Basis für alles. Russlanddeutsch sein ist für mich in erster Linie ein Bewusstsein für meine Geschichte. Für mich Russlandsdeutsch bedeutet natürlich, wir machen erst Feierabend, wenn die Arbeit erledigt ist. Typisch Russlanddeutsch ist für mich Fleiß und vielleicht Unauffälligkeit. Die Russlanddeutschen sind auffällig und unauffällig. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020